Werkzeug griffbereit, Gedenken gespielt. Hammer bereit, Geschütz bereit, Ersatzgeschütz bereit, zweites, drittes und viertes Ersatzgeschütz bereit, bereit und bereit. Mein Ember ist zum Greifen nahe. Ich kümmere mich um diese Angelegenheit. Unsere Feinde sind wirklich lästig. Entdecke ich da eine Emotion, Lacroix? Fünf, vier, drei, zwei, eins, Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Initiere Karten. Das ist immer schwäschig. Das Sorge ist unsere Sicherheit. Zeig'n Ihnen das, welcher Sie verhauen. Nach dem können Sie haben. Ich setze große Hoffnung in den Boden. Ich fühle mich. Ja, Mann! Überladung! Geheilung! 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 Schachtschütze, bewegt euch überlegt. 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 Das war's für heute. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Dann habe ich Ihnen eine gebaut. Die war ihm dann zu groß. Sie muss noch in seine Hand passen. Hätte er ja auch gleich sagen können. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angreifer mehr. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Hier drüben! Überladen! Keine Bewegung! Beziehen Sie in der Hand! Ich setze große Hoffnung in dich. 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 Ich setze große Hoffnung in dich.